also leute willkommen zu dem video ja bitte trampelt mich jetzt nicht zusammen und haltet mich weil ich weiß es habe ja komplett angekündigt letztes video und alles letzte livestream ist auch so aber ich habe eine sache gesagt nämlich falls in den zwei monaten wo es pause machen sollte eine direct kommt werde ich diese streamen und da werde ich dazu eine ausnahme machen weil ich da euch die neuesten informationen zeigen möchte und prompt hat nintendo heute eine direct angekündigt und diese findet morgen am 8.3 2018 um 23 uhr statt das heißt ich werde morgen am 8.3 um 22 uhr 30 anfangen zu streamen werden wir uns davor noch ein bisschen über die direct unterhalten und uns dann ab 23 uhr die direct anschauen und das ist quasi das letzte was es jetzt noch halb in offizieller weise macht bevor es den endkotek in die pause reingeht sagen wir mal so also ich hoffe ihr freut euch und nehmt mich übel aber ich habe ja gesagt sobald es die direct gibt die bringst du trotzdem weil direct ist direct diese ausnahme also 8.3 2018 bis morgen am donnerstag ab 23 uhr gibt sie direkt wir fangen zu eine halbe stunde früher bis 22 uhr 30 an es freut mich wenn ihr dabei sein wurde und ja ist das letzte letztes endkotek also ja bis morgens in etwa